und damit herzlich willkommen liebe clasher bei mir dem torsner kartoto beim clan two warriors was man eigentlich machen heute ja wir wollen heute ck live angriff machen zumindest rh9 er hat zehn plan ich denn ja doch mal ein bisschen länger aber wir gucken mal ganz aktuell in den klang krieg rein der gegner ich habe ja gestern glaube ich schon gezeigt ich weiß es gar nicht ob es gemacht hat müsste ich selber nachgucken ist leicht im nachteil im unteren bereich muss man ganz klar sagen denn vier achter in einem 25er ck das sind acht angriffe die du hier kompensieren muss denn wir haben wir auf unserer seite nur rh9 und das spürt man ganz ganz sicher denke ich mal ich weiß nicht was ich dagegen auch gedacht hat ich meine man nennt sich hier arctic sweets also ich nehme mal an ist ein schwedischer clan auch wenn ich das so lese ich kann es natürlich nicht lesen aber suchland indonesia ich weiß nicht ob es damit zu tun hat dass wenn man seine location umstellt auch in einer ganz anderen zeitzone sucht kann ich gar nicht genau sagen weil wir haben ja oftmals gegner aus iran aus china aus japan also alles was im fernost ist und ja vielleicht hat man hier gedacht damit trifft man hier auf jeden fall auf ein vermutlich auch irgendeinen in diesem land hier keine ahnung aber dass sie zu kompensieren wird für diesen clan schon denke ich mal relativ knackig zumal erst ein stern hier auf der walker geholt wurde hier schon eine raus aus dem ck das natürlich auch mal sehr traurig und die ersten attacken hier das waren alles also das ist immerhin ist das schon neuner hier aber trotzdem das ist nach ich weiß nicht matchmaking okay ich mecke ja immer über das matchmaking reibe mir natürlich immer die hände wenn es für uns spricht da keine frage ist du ein bisschen leid für den gegner und aber so ist das normal mal hast du glück und mal haben die anderen pech oder irgendwie andersrum war der spruch aber ich wollte mit afa weiß sie als 15 gelistet glaube ich ja wohl als 15 gelistet und ich denke mal ich nehme mir erst mal einen drunter denn auch schon einen drüber ich weiß gar nicht ob der die infernos hat er hat noch keinen entfernt aber ich nehme trotzdem erstmal einen runter weil erst mal sichere sterne holen und hier fängt es an mit entfernt da muss ich mal gucken ob ich mir torsten nicht mal mit einer schönen bowler queen walk und weil kühlen kombi hier reinkommen aber ich denke mal ich mache als erstes die 16 hier und hatte mir hier tatsächlich gedacht die massen oder luna doch doch im holen und zwar über diese seite hier über die lager hier wollte ich eigentlich hier die base reinkommen ich vermute hier sind irgendwo doppelbomben hier was ja jetzt mein golems nicht so wirklich weh tut und ziehen ist eigentlich tatsächlich nur nur die queen und dieser und die und die lager hier ich denke mal ich weiß ich werde hier auf jeden fall den sprung setzen mal gucken ob die nicht dann irgendwie doch noch hierhin hüpfen den feger schaffen und vielleicht auch noch diese lager hier wenn sie die nicht schaffen ist nicht so tragisch die x bogen stehen alle beide auf boden und da spielt man natürlich ein bisschen rein aber es wäre schön wenn der feger hier weg wäre weil dann könnte ich tatsächlich über diese seite hier dann mit meinen loons hier über die base fliegen aber das sehe ich dann und ich würde aber trotzdem sagen wir starten kleinen moment bitte ich würde sagen wir starten ich erstelle mal ihr kennt das spiel ich nehme hier mit torsten auf das problem ist einfach ich kann ich mache die angriffe an meinem tablet aber mein tablet ist wirklich qualitätsmäßig nicht so gut dass ich darüber streamen kann und wenn ich den angriff jetzt am handy mache da ist es eigentlich ganz gut dann ist mir das einfach zu klein und deswegen mache ich das hier am tablet ihr seht den angriff ich sehe den angriff ich denke mal ich bin ganz gut ganz gut hier jetzt drin und wenn ich jetzt reingehe dann gehe ich mal auf die 16 ich sage trotzdem noch mal scout gucke mir das ganze noch mal von dieser seite jahren ihr seht ja nicht wie ich jetzt rein und raus coole was ich in jedem fall bedenken muss sind denke ich mal die ecken aber mal gucken ja das kriegen wir irgendwie hin und ich würde trotzdem einfach mal sagen wir gehen einfach mal rein entschuldigt dass es gerade ein bisschen leiser wird ich gucke ein bisschen nach unten und kommentiere einfach mal weiter wir sagen hier attack und ich gehe hier einmal auf attack dann sehen wir das jetzt hier auch watch live dann bin ich in jedem fall dabei auch wenn hier eine warteschlange entstehen sollte rücke das bild noch mal ein bisschen gerade und dann sind wir hier jetzt live im angriff ja wie setze ich die beiden golems ich denke mal hier ist ein ganz im golem ganz gut aufgehoben und hier auch dann ziehen wir hier mal so ein bisschen unsere magier nach so der hat jetzt schon mal geschossen da nein die laufen scheiß an die laufen gut ja doch die kommen noch rein das ist das ist okay und jetzt sieht man meine bowler nach und ich hatte ja gesagt auf die platte hier kommt der sprung gucken wir mal wie gut wir hier reingehen können und ich habe zwei giften noch zwei eilen noch mal gucken die können ja erstmal ganz behendet hier gehen das stört mich hier überhaupt nicht und mal gucken wie weit wir das hier jetzt schaffen aber das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus wir hauen hier mal jetzt schon mal so ein bisschen unsere lunds raus in eil sollen die hier durchgehen ich muss ein bisschen auf meine auf meine kriegen aufpassen und so die brauchen auch ein bisschen hastig hastig hier und jetzt muss ich die hier ein bisschen heilen scheiße das sieht das sieht nicht gut aus leute das sieht nicht gut aus ich muss die queen leider zünden mal gucken und meine lunds hier noch durchhalten hier hinten kann hier aber schon mal ein bisschen mit clean up anfangen denke ich mal und das sieht echt nicht gut aus queen wird jetzt in jedem fall sterben die doch nicht die ist noch im leben das gibt es ja gar nicht alter das gibt es ja gar nicht das gibt es nicht meine queen lebt noch das wird eine ganz ganz enge kiste da sind noch zwei ja das ist das ist ganz gut dass die jetzt wenigstens aufgegangen sind weil ich habe hier jetzt noch punktuellen schaden hier oben und jetzt kann ich es auch laufen lassen die müssen in jedem fall da kommt packt noch die beiden nein jetzt fliegen wir erst zur kanone so eine scheiße doch das sind noch drei lunds ja das schaffen die nicht mehr okay das packen die nicht mehr her wohl das ist ein dreier so ein glück man leute da gehen noch voll die bomben hoch ist aber nicht so schlimm das erledigen jetzt meine meine lufttruppen ja man habe ich einen massel naja gut das ist in der folge live ist live und freue ich mich trotzdem dass der afa hier mal wieder drei jahr geholt hat auf eine auf den ersten neuner hier finde ich sehr sehr gut hier unten bin ich schon durch vielleicht hat man es gerade gehört hier sind wir jetzt auch durch ja sauber gute drei sterne hier geholt und dann sind wir in jedem fall weiter vorne ihr seht das selber ich muss mit meinen anderen neunern auch noch eingreifen und guck mal was hier unten neu ist hier sind noch zwei achter jetzt und ein neuner da kämpfen wir jetzt wahrscheinlich rum da noch drei zu holen aber ich mache mit allen meinen anderen stars ausschließlich hier oben im zehner bereich meine angriffe und das werden wahrscheinlich dann angriffe seien mit walküren ich probiere mal ein greenblock oder so mal gucken aber sieht gut aus und ja ich würde sagen das war es von dieser mal wieder klein aber fein folge ein bisschen wenig zeit im moment aber trotzdem möchte ich natürlich was aus der ks zeigen hier obwohl leute eine sekunde haben wir noch hock hat im moment keinen lauf muss man sagen ja ich zeige es einfach mal nur schade eigentlich mensch was ist los dann für hat keinen guten lauf den habe ich ja gerade gemacht tolle wurst und wir gucken uns mal magnethelm an der ist ja auch noch nicht so lange bei uns und mal gucken was er sich hier ausgedacht hat ja das sieht noch gut aus ist schon eine relativ für starke base würde ich so sagen aber auch nicht wirklich gut ich meine ihr müsst euch das betrachten dass der 18 hier gut die haben natürlich hier von 21 bis 25 nix und ja das wird fürchterlich schwer für den gegner werden das zu kompensieren da müssen die neuner und die zehner richtig gut sein wir hatten schon solche clans die haben das ganz locker kompensiert und haben uns dann den runden boden gespielt wo man vielleicht dachte er ist könnte ein vorteil sein aber vier stück unten ist schon ja ist grenzwertig grenzwertiges matchmaking und jetzt gucken wir euch mal an wie weit dieses kill squad hier schon alleine nur kommt ohne dass er jetzt die hocks setzt ja jetzt setzt er erst die hocks da unten und da löst der king mit dem pecker noch die riesenbombe aus besser geht es ja nicht und das fliegen zwar ein paar hocks weg aber er hat ja auch noch ein heilzauber den haut er jetzt hier rein weil dort der bombentum hochgegangen ist und jetzt haben wir nur noch drei def gebäude also ganz lockere sache hier ich denke mal der ck steht für uns in guten stern und ich glaube der nächste wird sogar noch größer als dieser hier irgendwie haben mehr leute ihre helden jetzt fertig und können wieder mitspielen hier wir sind ist das böse auch guckt euch das an also das ist ja immer so ein bisschen hämisch ich hätte jetzt eben auch mein zweiter gift ja noch irgendwo hinschmeißen können aber naja den heilzauber hier in der ecke ja grenzwertig grenzwertig okay da waren das die drei sterne ja die anderen entschuldigung die anderen sterne hier unten lohnt sich wirklich nicht man kann immer reingehen wir gucken mal einfach doch mal rein oder halle höhle hier schon dabei ist es ja unser kleinster er neuner mit 10er king 7er queen einen ganzen haufen drachen und es hat mich letztes mal schon so weiß ich die hatte irgendwie ein bisschen was angeblitzt so ein bisschen was ein bisschen was weg gemacht entschuldigt mit dem erdbeben irgendwie so halbe sachen und ich würde jetzt fast sagen das ist ein fail obwohl die beiden drachen nehmen sich jetzt die eine la vor und aber da hinten ist noch die la hinterm rathaus das kacke was er hier gemacht hat kann man nicht anders sagen das ist scheiße was er gemacht hat denn als kleiner rh9 mit vier zaubern ich weiß natürlich nicht vielleicht ist bei ihm eine zauberfabrik im ausbau so dass er sich das gar nicht so leisten kann aber normalerweise ist es ja so du blitzt einfach zwei las weg und da hast du noch eine ja und eine lag gegen elf drachen dann aber vielleicht hat er glück aber seine queen wo er die denn eigentlich rum aber die seiten schon gestorben leider hat er blöd gesetz ich hätte vielleicht doch erst mal gewartet bis hier alles da und wer weil der angriff hier ist für die dutten das wird er nicht mehr schaffen ganz schwach halöle schreibe ich auch gleich mal rein er sieht das video da morgen ganz schwach hallo aber hallo wird er sich bestimmt ärgern aber echt schwach mann 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 naja gut dann deft auch mal hier in r8 auf deren seite komfort aber eigentlich ist ich weiß nicht was er sich mit dieser kombi hier vier wutzauber waren das gerade und zwei gift also so was neun drachen vier ok barbaren ich weiß nicht was das soll man nehmen und die drachen hier und dann fies über so ein bisschen weg hier meine herren das macht ja jeder achter muss ich mich mal aufregen hier auch mal ein bisschen kritik üben der war ich kacke naja wir sehen wie das hier weitergeht ich denke mal ich werde nachher noch meine gesamten angriffe machen denn ich habe morgen fürchterlich wenig zeit überhaupt was zu tun und also mit torsten werde ich ein machen mit den anderen die wir alle durch ballern und dann sehen wir uns in dieser woche ganz sicher wieder wenn der tote wieder clasht bye-bye Das war's für heute.